Oh, die quietscht ganz leicht. Was ist denn, wie das aussieht, wenn du in der Kamera filmst du jetzt mit deinem Handy? Und du hast so eine Schwägerage. Pissabrücke. Wie viele Minuten kannst du überhaupt mit so einer Kamera filmen? Was? Wie viele Minuten kannst du mit so einer Kamera filmen? Das steht drauf. 20 Minuten, wenn das nicht. Musst du mal ein bisschen löschen? Nö. Doch. Die mache ich alle dann auf meinen Laptop. Ja, geht auch. Ah, hier ist irgendwo der Weißensee-Tunnel. Weißer-Tunnel. Da ging es drüber zu U5. Der Schwanzi-Tunnel. Bitte. Der Schwanzi-Tunnel. Hier, Mann. Und ein FD. FD. Der Motor. Seid mal lasse. Geiler Motor. Ist ein H95-Motor. Ist ein H95-Motor. Der H95-Motor ist, glaube ich, der einzige H95-Motor hat. 5000-Motor hat auch sowas. Aber ist ein H97. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich will ein Signal, Alter. Ich auch. Ich will einen Drehströmer auf der U9 wieder filmen. Ich will einen Drehströmer auf der U8. Hat einmal mein Opa gesehen. Aber mein Opa ist schon längst tot. Seit 2007. Aber den mochte ich. Ja. Der hat einmal 2006 was auf YouTube hochgeladen. Was denn? 2006. Da gab es nämlich nicht. Da gab es... Da bin ich geboren. Ah ja. Du bist ja 2007 oder so. Ne. Neun. Boah. Fucking cool. Die Tür. Alex von Lappnatz. Übergang von Schwanzverkehr. Bitte. Wenn du mitfahrten machst, alleine machst du nicht so einen Scheiß. Wenn ich alleine mache, machst du auch so bei dich. Aber sind wir beide zusammen unterwegs? Äähähähähähäh. Ich mich. Ich will mich nicht. Ja, da grinst du, ne? Ich hab gefurzt. Hast du ernsthaft den Philipps Fahrzeug? Das stinkt. Ja, ja. Jetzt müssen sie jetzt steiglich aus. So, Papi. Oh, Nanjo. Schau. Ich schaffe. Schau. Ich schluss.